In der Zukunft ist es sehr wichtig zu programmieren Ich bin gekommen, weil ich wissen wollte, wie man Roboter und so programmiert Ich denke, es ist eine große Möglichkeit für die jungen Generation, mehr über Programme zu lernen Wir denken, es ist sehr wichtig für sie, weil Programme ist die Sprache der Zukunft Das könnte mir wirklich in der Zukunft mit meiner Karriere helfen Ich denke, es ist wichtig für die Zukunft Ich denke, es ist wirklich die Nr. 1-Skills, die jeder sollte in der Zukunft haben Die Zusammenarbeit mit Zürich ist sehr wichtig für mich Es bringt neue Kinder zu lernen über Programme und wie zu ändern die Computers Das ist eine sehr wichtige Zusammenarbeit für Zürich weil diese Firma, der Dojo, die die gleichen Prinzipien und die gleichen Werte die wir als Organisation haben Ich fühle mich sehr glücklich, ich sehe so viel Energie von den Kindern und den Mentoren Es ist viel Spaß, ich sehe viele schüttliche Gesichter und die Leute sind sehr begeistert Es sieht schön aus, es sind nette Leute Ja, sehr schön